Da-da-da-da-da-da Hallo Leute! Willkommen zu meinem allerersten gesprochenen Let's Play. Ich habe mir gestern Luxus gegönnt, mir ein Mikro zu kaufen. Auf Anrat eines lieben Let's-Player-Kollegen, dem Sluxy. Den kennt ihr wahrscheinlich auch. Und ich fange jetzt an. Ich hoffe, dass man mich gut hört. Nicht, dass es zu laut ist. Es kann sein, dass ich die Einstellung noch ändern muss. Ich werde Chip und Sheriff Rescue Rangers Let's Playen. Ich habe es früher sehr gern gesehen. Ich würde es heute gern noch sehen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch im Fernsehen läuft. Ich werde dieses Spiel heute für euch spielen. Viel Spaß dabei! Okay. Ja, Chip. Okay, Gan, we have a new assignment. Our cute little neighbor Mandy has lost her kitten. I saw this as a job for the Rescue Rangers. I'll go on a head trip and chatter some things of mine that might help while we search the city. Good idea, Gadget. That's the spirit Dale. You and I can start on the trail. Monty, why don't you and Zipper track down one of those strange mechanical dogs we've been seeing in the park lately. Mechanical Doss? Beat the Carrochip. Well get right on it. That's all, you can depend on her. And here we go. die 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 komste wundert euch nicht wenn ich nicht erwarte benutzt hätte ich gleich nicht Ich weiß auch nicht, ich glaube zwischendurch immer viel Mist, weil ich spiele. Den, den noch? Was ist das? Das kann ich mal sehen. Ach Mist. Die Leute kommen jetzt hier. Ich muss meine Tastatur hier bearbeiten, beziehungsweise die Pet. Sprengen. Ah, Sumi kommt und hilft. Die meisten Spiele, die ich jetzt spielen werde, werden alle, ja, halbwegs blind sein, weil ich sie ewig schon nicht gespielt habe. Ich habe die ganzen Roms und so auch noch nicht so lange. Ich bin aber nicht dazu gekommen, wirklich was durchzuspielen wieder. Das Einste, was ich bisher gemacht habe, ist, ja, da eben hier. Dieses habe ich versucht. Und, ähm, Street Fighter. Und, ähm, Mario Kart. Naja, das ging einigermaßen. Deswegen habe ich auch ein bisschen ein Let's Played. Wenn auch ohne Thron, aber... Ich hoffe mal, man kann es sich trotzdem ansehen. Die müssen die Maus hin. Oh! Scheiße. Man soll doch nicht schufen, am Beispiel jetzt. Man soll doch nicht schufen, am Beispiel jetzt. Oh, der war gut. Genau wie man es nicht machen soll. Sama. Sonst klappt es nur, wenn man ein Tor füllen will, dann klappt eh nicht. Funktioniert es nicht. Genau das ist auch was, sonst nicht klappt. Was soll er denn? Käse. Samson und sein Käse. Ah, gut. Aber der erste geht man. Hier muss man nur aufpassen, dass er die... dass die Blitze nicht... Ja, dass man die Blitzen ausweicht. Weil sonst ist sie richtig... nicht so schwer. So, und schon geschafft. Level eins erledigt. Oh, mal sehen. Wie ist denn one-up? Ja, da war ich. Hahaha. I tricked you, Rescue Rangers. The kitten was just a clever trap to lure you here. I've already caught your precious gadget. From now on, she's inventing things from me. You'll have to take her from my casino if you really want her back. Wie schon... Aber ich soll bin, dass das ein... 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 ein Speaker werden soll. Gut, dafür hab ich zu lange Brotwurst essen, dann geb ich zu. Aber ich werde nicht alle Lidl spielen, ich werde einfach geradewegs so ein Casino machen. Ich werde mich versuchen, dass ich... Da ist dann noch Alka-Zone, genau. Na, ich schreibe. Vorsicht bei mir. Ne, du schaffst mir nicht. Ich hoffe, ich werde nie wieder sein, dass die Flieger nicht abschieben. Wenn du ist, dass ich die Flieger nicht abschieben möchte, habe ich mir dabei gemacht. Ich werde gerne die Flieger nicht abschieben. Ach, ich werde mal. Ach, ich werde nicht loslegen. Was ist das, eine Kampffliege? Oh, der war knapp. Au! Ich glaube, den fliebst du, Sau. Das ist es. Ich kann mir nicht gut, dass er nicht fliegt. Ich bin mir das nicht übel. Ich bestimpfe immer alles und jeden irgendwie. Oh, 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 oh. Jetzt aber runter. Hab ich jetzt einen Doppelgänger? Ich bin weg mit dir. Das ist ein klitsches Sau. Ich wollte auch keine Lobbygänger mehr. Ah, da wär auch schon ein bisschen... Ja, das Raumschiff. Ich weiß nicht, wie die Händler ist. Irgendwie. So ist die auch so, ich weiß nicht. Star Trek? Etapurz? Ach, egal. Komm mit denen mal sowieso über die Hände. Ah, komm schon. Ja! Erledigt! Hier. Ah, Zone B. Ah, Zone B. Mitmachen. Bis dann beim nächsten Teil von Chippendale Rescue Rangers. Das ist mein Star Trek. Wir sehen uns bei uns für heute. Oh, wie sehen Sie mich! Ich bin noch nicht zu Ende. Untertitelung des ZDF, 2020